moin leute sinox hier und das hier ist jetzt mein erster und letzter vlog und zwar wollte ich euch darüber informieren dass ich jetzt auf einen anderen channel umgestiegen bin und zwar es ist aus dem gleichen grund wie ein mate von mir aus dem clan und zwar exact mein ich habe zwar jetzt 230 subs ungefähr aber jetzt gerade auf den videos die ich hochgeladen habe sind gerade mit 50 views und zwei likes ist es einfach nichts und deswegen wollte ich jetzt einfach mal neu anfangen und ja ich hoffe ihr abonniert diesen channel auch bis dann